Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Destiny. Hier ist einmal Husky Love. Und dann geht es cool. Ja, kommt immer ein bisschen spät, aber besser spät als nie. Es gewittert auf der Erde, oder was auch? Ja, doch, ist die Erde, ne? Da gewittert es gerade. Da fliehen wir gerade vorbei. Und wir starten die nächste Mission, wenn wir denn was finden. Wollen wir erstmal zum Turm gehen? Gibt es da was? Ja gut, dann reisen wir mal geschwind zum Turm. Da gibt es vielleicht was. Mal schauen. Kannst du vielleicht eine Waffe kaufen, eine gescheute? Ja, null. Jetzt habe ich den Countdown verpasst. Na gut, das muss orientieren, wenn ich null sage. Wegen synchronisieren, weißt du. Muss ich doch synchronisieren, weil Audiospur extra. Ja, aber die Ladezeit ist immer noch so höllisch lange. Das ist ehrlich, ich dachte, das ändert sich wirklich. Hab ich schon mehrfach betont. Danke, wieder. Nun denn, nun denn. Jetzt geht es los. Und abwärts, genau. Sturzflug. Nö, jetzt fahren wir wieder gerade. Äh, fliegen. Bargleis. Das Feuer hinten an den kleinen Düsen sieht auch bescheiden aus. Von den drei kleinen Düsen dahinten. Ich bin auch nur am meckern. Ja, es fällt mir halt so auf. Ich bin so okay. Ja, ist ja schön. Na ja, gut. Jetzt Sturzflug. Genau. Zum Turm. Ja, jetzt kann ich da erstmal was encodieren lassen. Das will ich auch gleich mal machen. So. Ansprechen. Oh, ich habe 200 Dings gekriegt. Geh mal zu diesem, der die Enkodierung macht. Da gibt es 200 Glömmer. Oh. Ja. Für irgendwas. Hausbanner oder sowas. Jetzt kann ich was encodieren lassen. Ein Handschuh. Torwache. Bestandsaktualisierung in zwei Stunden. 50. 49. So, okay. Sehr interessant, wie immer. Ja. Jetzt gehe ich da hin zu dem hier. Ansprechen. Oh, da darf ich mir wieder was raussuchen. Cool. Das sind Raketenwerfer. Ach, das sind die alte Aufzeichnung. Wieder kein Schneibergewehr. Aber was nehme ich denn da? Die Feuerwehr ist noch ein bisschen höher. Stabilität nehme ich das hier. Und jetzt kaufe ich mir ein Snipergewehr, wenn es möglich ist. Hier ist eins. Reichweite. Schlagkraft ist aber niedrig. Da hätten wir ein Snipergewehr. Scharfschützengewehr. Automatikgewehr. Level 6. Pulsar. MSE. Impulsgewehr. Scoutgewehr. Automatikgewehr. Und Fusionsgewehr. Ja. Toll. Weiß nicht. Soll ich mir jetzt das Snipergewehr holen oder nicht? Was kostet denn das? Du wolltest doch unbedingt eins. Ja, aber das ist ziemlich schwach. Schlagkraft hat es nur ganz, ganz wenig. Egal, ich kaufe das jetzt. Wie fühlt sich das an? Na, wie fühlt sich das an? Beschissen, wenn man das Geld aus der Hand zieht. Jetzt hat es nochmal. Das ist ein anderes. Ich habe keine Klinge mehr gekriegt. Marshal A1. Automatikgewehr. Ist die Marshal gut? Ja. Macht aber auch nicht so viel Schaden, ne? Hast du die? Die habe ich, ja. Gut, nehme ich jetzt auch noch. Oh, das langt aber jetzt. Ah, ich habe noch ein Ausrufezeichen, glaube ich. Da gehe ich jetzt noch hin. Zwei sogar. Schmelzziegel-Einladung. Ist online, ne? Ja. Aber ich nehme die jetzt nicht an. Ich wollte bloß gucken, was das ist. So, da hinten gibt es noch beim Rüstungsmensch noch was. Den mal ansprechen noch. Da haben wir alles erledigt, glaube ich. Oh, ich kann dir was auswählen. Stärke plus 13. Du kannst mehr Munition tragen. Disziplin. Schnelleres Nachladen. Was war denn das andere dann? Stärke. Granatenstellen Nahkampf. Granatenstellen Nahkampf wieder her. Eine Verformungsklaue. Ach, da kannst du Rüstung holen mit der Verformungsklaue. Disziplin plus 7. Du kannst mehr Munition tragen. Schnelleres Nachladen. Was ist denn das mit den Granaten da dann? Stärke plus 9. Stärke plus 13. Denk immer daran, dass du für die Titanen kämpfst. Ja und? Was soll ich mir das jetzt sagen? Hier ist noch was. Disziplin plus 12. Level 6. Ich frage mich gerade, wie das Ding hieß. Trage das Licht hinaus, Hüther. Diese was? Wann ich meine Granaten schon der Cooldownzeit schneller ist. Wann ich meine Granaten schon der Cooldownzeit schneller ist? Entweder war es Disziplin. Nee, ist es nicht. Oder Stärke. Auch nicht. Ausdauer? Nee, gibt es überhaupt nicht. Ein drittes gab es noch, glaube ich. Aber ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Ich dachte, Stärke das war es. Oder Disziplin war es, habe ich gedacht. Aber Disziplin ist schnelleres Nachladen. Ja. Hm. 28. Stärke plus 8. Stärke plus 13. Also, wenn man Stärke plus 8 steht, Du kannst mehr Munition für Scout-Gewehre tragen. Und bei dem anderen steht, Du kannst mehr Munition für Impuls-Gewehre tragen. Ach, scheiße. Hab ich nicht aufgepasst. Ich habe gar kein Impuls-Gewehr. Hab ich auch nicht. Ich habe trotzdem das genommen. Geh mal loslegen. Gleich. Ich muss erst mal das Gewehr austauschen. Sekundärwaffe. So. Dann nehme ich das LMG. Obwohl, die Rakete war aber auch nicht schlecht, ne? Ich glaube, ich nehme den schweren LMG. Äh, das. Und dann habe ich hier noch das Marshal. So, jetzt können wir loslegen. Sieben Minuten haben wir verbraucht. Sieben Minuten. Nur, um das Gedöns... Oh, ich habe noch einen Ausrufe zu zeigen. Ah, das ist Schmelz-Ziel. Ne, mach. Geh zurück. Zurück. Vier. Drei. Zwo. Eins. Und weg. Haha. Ja. Ja. Und da ist es wieder, das Echo. Du kannst von mir aber auch verzögert an. Das geht ja, weil es wahrscheinlich über die Party läuft irgendwie. Dann sieht man mal, was der Unterschied ist zwischen live... Wir sind ja gar nicht in der Party. Stimmt, wir sind im Spiele. Genau. Ist es in der Party anders? Also auf der Erde ist bei mir alles getan. Ja gut, dann bei mir auch. Eigentlich dürften wir auch. Dann haben wir nicht noch ein sehr schweres Ding? Dieses Teufel-Ding da, ja. Jetzt steht mir noch schwer da und sagt, sehr schwer. Ja, dann... Aber gegen diesen Käfer da, ich weiß nicht, warum wir das machen zu zweit? Meinst du sie nicht? Wäre gut, wenn man alleine ist, blöd zu zweit. Ja, das ist schwer und alleine. Ja. Ansonsten haben wir alles gemacht auf der Erde. Ich kann das nicht nachgucken bei mir. Na ja gut, okay, dann gehen wir zum Mond. Ab zum Mond. Level 6, normal. Das dunkle Jenseits. Ozean der Stürme. Mond. Story. Ozean der Stürme, heißt so die Mission? Okay, gut. Oder nee. Wie, oder nee? Das dunkle Jenseits heißt die Mission. Und dann, denke ich mal. Was ist da mit Ozean der Stürme? Das ist der Ort. Hä? Keine Ahnung. Ich denke mal, dass es der Ort ist, wo das stattfindet. Na da. Das sieht geil aus jetzt. Auf der Erde? Auf der Erde ist doch das alte Russland. Ja. Ja. Er hat schon ziemlich Schaden genommen, der Mond, habe ich gerade gesehen. Voll die Macken drin. Ozean der Stürme, Mond der Erde. Ich habe geblickt und mich gefragt, was die Schamuhr so macht. Aber ich habe immer nur verschworene Signale empfangen. Ach, während sie blockiert oder vergraben. Ja, das kennen wir doch noch. Hm. Der Bede habe ich aber besser ausgesehen. Ich auch. Da waren wir auch schon Level 8. Hm. Ja, ne? Dann kann es sein, dass es schwerer wird. Ja, das können wir ja nicht, dass die Patrouille auf der Erde noch machen, da, die Mission. Ja, genau. Also diese einzelnen Missionen da. Ja, eigentlich ja, ne? Bevor man da hier anfängt. Warum haben wir das jetzt nicht gemacht? Oh, das muss ich... Oh, cool. Hey. Nein, nein. Ja, genau. Ich muss uns schnell... Also das ist jetzt doch ein Screenshot-Wert hier, echt. Ja, das ist hübsch. Die Erde dreht sich sogar. Coole Sache. Jo, jo, jo. Fünf, vier, drei, zwei, eins und weg. Ja, da ist jemand müde. Wollen wir nicht die ganze Nacht durchzocken? War dann irgendwas? Nein. Ja, wollte ich. Destiny. Da hört mich keiner mehr und sieht mich keiner mehr. Warte auf Truppanführer. Patrouliere das... Patrouliere das Cosmodrom. Genau, Alt-Russland Erde. Patrouliere das Cosmodrom. Können wir vielleicht auch noch ein paar Kisten suchen. Ich brauche unbedingt dieses Glimmer. Die Kisten? Ich glaube, das ist nicht, dass ich es zusammenkriege. Zwei Neun ist schon noch viel. Auf dem Mond weiß ich, wo noch eine war. Jetzt fliegen wir wieder zurück. Morgens ist das Abzeichen bestimmt weg. Das kann gut möglich sein. Wenn es sich immer wechselt, kann es schon gut möglich sein. Aber ich habe es bis jetzt mal bei keinem gesehen, weiß ich, deswegen. Vielleicht haben die alle das Zeug nicht zusammengeregt, die Glimmer. Weil halt auch selten dasteht, kommt es bestimmt nicht mehr. So, also. Ziehen wir wieder da. Jetzt gehen wir, wohin wir wollen. Nichts hält uns zurück. Genau. Wo gehen wir? Wir suchen erst mal, was verblinkt, ne? Wenn wir sie finden, können wir der Stadt helfen. Ich habe schon ein paar entdeckt. Ich glaube, da ist eine Höhle. Stimmt. Das ist bestimmt auch so ein Dicker drin. Waren wir da schon mal drin? Da ist gar nichts drin. Entweder ist es ein Bug oder da kommt noch irgendwas rein. Ja, die Kisten, die sind immer woanders da blinkt. Ja, das ist gut, wenn sie woanders sind. Das ist gut. Immer mal woanders, halt, ja. Ja. Oh, Achtung. Machen wir erst mal platt hier? Ja. Deine Granate war irgendwie, was sind auch welche? Ist so stark für meine. Ich habe keinen Schaden mehr. Ich habe noch zwei Schaden gemacht mit meiner Granate. Irgendwie den Rest. Oh. So. Guck mal her. Oh. Oh. Es sind aber viele. Na gut, ich konnte noch niederboxen. Nimm mal die Mission da an, ne? Ja, das Sniper-Gewehr. An alle verfügbaren Hüter. Ein wichtiger Einsatz steht bevor. Das Gebiet muss gesichert werden. Wartet auf die kodierte Übertragung. Aber welches Gebiet? Ja, eben. Welches? Da. Schwäber komm raus. Oh, nee. Oh, die kommen da jetzt runtergerannt. Hahaha. Komm, die nächste. Aber sie sind nicht die, oder? Die kommen, das sind die Standard. Das ist der Standard-Mob, der da kommt. Aber das steht da. Ja. Oh, ja, stimmt. Aber es ist der Standard-Mob, der da rauskommt. Die kommen immer. Kommt wieder ein Schiff. Aber von wo? Ach da. Ach, das ist der. Und die sind wieder da, die anderen. Nachladen, scheiße. Jetzt haut er ab. Da kann ich auch nur durchs Fenster schießen. Hahaha. Ich schieße die alle an. Granate, Granate. Das sind viele. Genau. Deine Granate ist gut. Vielleicht lässt sich auch ein bisschen blöde werden, irgendwie. Ja, irgendwie, ne? Das ist eine blöde Flugbahn. Gut gemacht. Ich bin abgeschlossen. Schon. Siehst du, da kommt der Standard-Pop wieder. Mhm. Okay, aber, naja, jetzt zoomen wir so wieder aufs Blinken. Ich hab noch einen toten Geist gefunden. Blink, blink. Hier. Ich glaub, da irgendwie... Das ist wieder Standard. Aber dazu kommt da auch irgendwann gelber mit. Oh ja, kann sie nicht. Aber Level 2, das kann eigentlich nicht zu stark sein. Ne, schon passiert. Jetzt hab ich einen Kalkutta LR 2A. Und einen Tenko Q. Ich hab einen Glima-Gefekt 25. Das brauchst du eh. Tenko Q. Was bist du? Ein Fusionsgewehr hab ich jetzt. 43. Was macht denn mein Sniper-Gewehr? Level 4. Aber die machen überhaupt nichts anders. Kalkutta LR 2A. Und ich hab Kalkutta LR 2A. Ich hätt's mir nicht kaufen sollen. Aber was ich nicht verstehe, was bedeutet das, das Angriff? Das ist die gleiche Waffe, die ich hab. Einmal macht sie 37. Und einmal... Jetzt ist sie weg. Also unten. Und einmal macht sie 43. Warum auch immer. Stärker. Aber ich merk, dass... Bei den Werten ist sie nicht stärker. Ist genauso gleich. So, jetzt gehen wir erstmal weiter. Zur nächsten Mission. 17 Minuten schon wieder rum. Wo blinkt was? Ich bleib extra stehen. Ja, ich dachte schon, ich bin zu weit gefahren. Oh, schießt irgendwas auf dich? Ne, ich bin... blöd aufgekommen. Ne, da hat irgendeine Granate geworfen. Da redet jemand, ja. Die sind in einem Schiff drin, glaub ich. Da unten bei uns. Oh ja, ich hör's. Oh ja, da unten. Weggerotzt. Das ist nur einer. Wie gesagt, hab ich noch so wenig Schuss. Ich muss mir unbedingt meine... Munition da holen. Geht's da runter. Wo bist du jetzt? In dem Schiff da drin. Da hinten. Achso. Da blinkt was. In der Ecke. In der Ecke. In der Ecke. Boing. Hier haben wir doch was. Zeigt dem KDZ, was ihr könnt, Hüte. Und bringt uns ein paar Sachen von hier. Details sind verschlüsselt. Alles auf einmal. Details sind verschlüsselt. Drahtbinden eingesammelt. Hä? Das kenn ich aber auch noch nicht. Aber hier gibt's Dings, glaub ich. Ja, hier gibt's da, wo ich bin. Drehmetall. Ah. Ja, was sind jetzt diese Drahtbinden? Das darf ja auch bloß hier in diesem Umkreis sein, eigentlich, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Aber wenn man nicht weiß, was Drahtbinden sind, wie kann man die dann einsammeln? Vielleicht haben die irgendwie hier Feinde mit sich. Da hinten sind Feinde, die schlägen sie rum. Na, komm vor, ja. Jawohl, Headshot. Ja, siehst du? Oder? 0% steht bei mir. Ja gut, die hast du eingesammelt, das liegt ja noch da. Okay. Oh, du Ost? Ja. Hier zur Hilfe eilen. Den hab ich nicht gesehen, da. Die ist da immer so ein bisschen versteckt, die Jungs. Ach, die flankiert, achso, von der Seil, achso. Die haben die Teile da. Ja, ich sieh's grad. Einsamen. Das wie die Totengeister, die sind die Nieder da. Drahtbinden, okay. 20%. Da wissen wir Bescheid, jetzt. Bescheid, sie sei jetzt. Bescheid. Da hinten liegt auch noch eins. Wo? Den, wo ich nie abgeschlossen hab, mit dem Sniper, genau. Mhm. 40%. 50%. Oh, das sind Feinde. Hier, genau drin. Oh, da, hinter uns, da. Oh, Level 7. Aber ich hab'n. 60%. Ich hör' dich doch. Ich hör' dich doch. Oh, da. Oh, sogar sie. Oh. Jawohl. So. Ich hab's mitgesehen. Hat aber daneben gehauen, glaub ich. Sonst hättest du's anders ausgesehen jetzt. Also 90%, noch einen. Ja, 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 einen hab' ich noch, einen hab' ich noch. Nee, 100%. Haben wir doch. Gehen wir. 10 Vorhut haben wir das gekriegt. Hm. Was soll man das betreten haben? Da haben wir bei den Bädern schon nicht gewusst. Was man damit machen kann. Nee. Vision verfügbar. Da hinten ist noch so'n Flieger. Genau da. Da ist aber noch einer. Ja, ja. Nur noch eine Mission finden. Cool. Zwei Raketen. Aber guck mal, nimm mal deinen Geist in die Hand. Siehst du da? 140 Meter zeigt's da an. Mission verfügbar. Und wenn du das wieder wegmachst, dann ist das auch wieder weg da. Das sind die Missionen, die da verfügbar sind. Und so da hoch. Ja, da blinkt's auch. Ich seh's ja schon. Zu oben blinkt das. Hey, komm, komm, komm. Juppa, juppa. Das schaffst du. Komm. Hey, hey. Oh. Oh. Ja, komm. Scheiß drauf. Ich bin oben. Oh, Granate geworfen und BÄM. Nix passiert. Tschot. Jawohl, ein Schuss. Da ist der. Darb übertragen. Das Schutzschild weg. Jawohl. Die Head ist hier gut, aber ich hab nur noch fünf Schuss mit dem Snipergewehr. Hinter uns. Das ist nicht viel. Bist du sicher, ob wir richtig sind hier? Datenübertragung, irgendwas? Ja, wir sind da hinten hin. Ja, ne? Du hast dir immer das tolles. Wo hinten? Wie hinten? Wat? Hallo? Wo bitte denn? Was hier? Ja. Ah, das waren bloß zwei. Macht er. Trifft aber nix. Ja, hier sind wir richtig, glaub ich. Light on. Nachladen. Oh, das sind aber auch viele hier. Dann haben wir gleich mal Raketenwerfer raus, da. Der Ritter. Hier haben wir gleich mal platt gemacht, oder? Sind das die? Nee. Aua. Ich mach' den da mit mir. Oh Gott, wo kommen die alle her? Bleiben kaputt. Und bam. So. So geht es. Aber es ist nicht unser Auftrag, ne? Doch. Ja? Wir sind auf dem Weg dahin. Okay. Der Finn. Der Finn steht vor der Tür. Oh, oh. Ja. Und warum hier stehen? Ja, jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten. Ah, ich komm' vor. Okay. Dann versuche ich mal, eure Wahlzeit ein bisschen zu überbrücken, denn... Ja, hast gelacht, muss man kurz weg. Wow, die rennt. Oh, guck mal, wie die so rumrennt. Wieso rennt die so? Haben die Vores Angst? Eine Hexe. Ah, die kämpfen wieder gegeneinander. Cool. Die Hexe da. Die Hexe ist abgehauen. Die kämpfen immer gegeneinander. Und... Hup! Schlecht, nicht schlecht. Boah, sind noch viele. Und da ist auch noch einer. Guck, guck. Ich scanne mal die Daten. Ja, scanne mal. Vandalen. Oh, und Captain auch noch. Echt schon? Ah, die machen wir noch platt hier. Ja. Würde ich mal sagen. Wenn wir schon mal da sind. Ach, ne, war nicht fertig, ja. Ja, da. Oh, jetzt komme ich keine Granate. Boah. Das wollte ich auch gerade machen. Hast du so einen Superschlag auch? Du bist doch... Ne, aber so eine Granate da. Das war keine Granate. Das war meine Superattacke. Ja, ich weiß, aber ich habe da auch eine Superattacke. Stimmt. Aber die ist nicht so gut. Ne. Die ist nicht so gut. So. Aber der Pfeil ist immer noch da, der Weiße. Warte, ich habe noch eine Missigung. Ja, warte. Er hat einen Durchsichtiger rum. Der Level 4, der... Ah, ne, sah bloß so aus. Okay. Yo. Ich muss ja wieder da rein, oder? Ne. Doch, da rein, Alter. Ja, ich verstehe es auch nicht. Jetzt ist sie wieder weg. Gefallene Ziele eliminieren. 0 von 1. Ob das richtig ist? Zumindest führt es uns da hin. Ja, stimmt. Oh, da, guck mal. Oh, das ist wieder. Oh, da, guck mal. Das war ein Stern auf einmal. Wieso war da ein Stern? Ach, das war sie schon. Das war es schon. Ein Schlag niedergemacht. Aber ich glaube, so steigen wir auch nicht auf. So, und jetzt? Torwache Typ 2 habe ich bekommen. Ein Rüstungsteil. Aber nichts Grünes. Ah, da geht es weiter. Mission verfügbar. Da musst du dein Geist in die Hand nehmen. Da zeigt er dir, wo du musst. Wir machen jetzt erst mal wieder einen Cut, weil es sind schon wieder 31 Minuten rum. Okay. Ja, hier, genau. Aber den fiehle ich noch ab, da. Ja. Du Gehe Eimer. Mach das. Ja. Doch nicht. Aber ich... Granate fähre. Oh, die zweite schon. Passt. So. Zufrieden? Ja. Okay. Dann sage ich jetzt Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder zum nächsten Teil. Destiny mit Husky Love. Und dann sinnvoll. Ja. Und dann sage ich Tschüss. Und Tschüss. Und Tschüss. Winke, winke. Und dann sage ich hier. Ja. 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 Ja.